was geht leute von heute willkommen zu einer weiteren folge naruto shibuden ultimate ninsa storm 3 so jetzt ist ja auch das war ja ab heute abend um punkt 0 uhr zu ende ich werde euch hier jetzt in der folge sagt jetzt auf jeden fall schon mal einen guten rutsch wünschen ins neue jahr rutscht allemann nicht so weit und schaut nicht zu tief ins glas und ich hoffe ihr habt einen schönen abend denn ich werde gucken so jetzt aber hier zur folge wir waren bei den letzten frontkämpfen und haben den riesen und dings ausgeschaltet und wir sind jetzt hier bei naruto straining zurück und wir sind hier fleißig fleißig am trainieren wir beherrschen jetzt die kraft unseres video geistes so was hat tan warいいけどもう一度 kotzを教えてくれ またかよ2が前に教えた以上のコツなんてねーぞ 上げそうなのいいと拳を交える繊細なコツなんて教えてもお前には無理だろ努力と根気で身に つけろ 大 発尊ては俺のことは しかしお前も慣れ慣れしいというかおかしなやつどうして 面合わせて話すようになったのはちょっと前からだったのに ものを実施ねー なんだかっつーにもなんでって なるとの度胸は超度胸 誰でも仲良しなんかよなお前とそっくりだ 青い まあさっきの話に戻すがコツはもう言い切った ん やはりのようにしていってみるいちねーになるべん der Geschichte weil ihr euch das Prozent anwürん sollte und wir das in den mvg mvm und das Voluntalだろうけど und dann jean-a-r-c-t- Okay, ja, warum ich nicht mehr, wie gesagt, was ich gerade sagte, ich spreche nicht mehr aus dem Grunde, weil ich jetzt nicht mehr das Feeling kaputt machen will Und deswegen werde ich, wenn die Geschichten kommen, nicht mehr sprechen, so finde ich, das kommt das besser rüber, ihr könnt euch das ja durchlesen, sieht man ja auch, das ist ja auch mit Untertiteln So, wir kämpfen hier gegen Naruto, gegen Keller B, den Kampf sollten wir wohl schnell beenden können, denn passt mal auf, zack, bam, 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 bam Mal sehen, ob ich nicht ein Perfektchen bekomme, wäre ja natürlich geil Ich komme, zack, 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 zack Aber das ist natürlich noch nicht alles, was wir können, passt mal auf Und hier, bam, 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 bam Und So, und wieder Oh, hat er abgewehrt, oh Hier, und bam Bam, 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 bam Geile Techniken So, und jetzt Kommen wir zum Wesentlichen wieder hier Komm Wir wollen den Kampf perfekt gewinnen Das schaffen wir auch Ah, war nix Killer B Erledigt, sag auf Wiedersehen Ja, ein Schlag, habt ihr das gesehen? Ja, perfekt haben wir den Kampf gewonnen Ohne Energie zu verlieren So, und dann haben wir das gesehen, was er gerade gesagt hat So, Naruto hat ja in die, ähm, nur um das kurz zu erklären, was er gerade gesagt hat Na gut, hat er in diesen geheimen Raum gekämpft, äh, was kriegen wir? Oh, es, wunderbar In dem geheimen Raum hat er gekämpft, das hat er, das haben sie mit Absicht gemacht, damit er das Schakra der andere nicht spürt Jetzt haben sie gerade außerhalb des Raums gekämpft Er spürt gerade, dass irgendwas nicht stimmt, das sind diese Kämpfe, die wir vorher gemacht haben an der Front Und die gehen jetzt nämlich weiter Jetzt spürt er das und jetzt will er sich natürlich damit einmischen So Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Game so findet Würde mich drüber erfreuen Könnt ihr mir ja mal zeigen Äh, oder mal Ratschläge Ähm, ich werde mir, ähm, Ratschläge geben, was ich noch verbessern kann und was nicht Was ich euch sagen will Es wird auf jeden Fall noch der nächste Teil, ich werde mir den nächsten Teil von Naruto auch noch kaufen Und, ja Ja Ja, er hat das Chakra gespürt jetzt. Hm, ich spreche perfekt japanisch. Habt ihr es gerade gesehen? Haha, nein, Spaß. Na, er wird sich jetzt aber nicht mehr weiter belügen lassen. Er weiß nämlich jetzt das, was nicht stimmt. Ja, das wird aber nix. Ja, der Eremiten-Modus, den beherrscht er ja auch, hat er auch schon eher lernt. So, jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Wir werden jetzt rausgehen und dann werdet ihr es merken. So, jetzt zuhören. Ja, der Ereignateur. Fertig an, NARUTO. NARUTO? Hä? Iruka-Sensei? Warum? Warum ist Iruka-Sensei so an hier? Was ist das? Ich habe eine weitere Aufgabe in diesem Land. Ich bin nur für die Unterstützung gekommen. Eine weitere Aufgabe? Ich habe gerade noch nicht zu erkennen, aber ich muss es nicht zu erkennen. Warum? Ich habe mich schon erlebt, dass ich ein paar Chakras mit einem Schakras. Was ist das? Genau. Er spürt, dass sie lügen. Er ist gerade in den Eremiten-Modus gewechselt. So, wollen wir doch mal gucken. Jetzt werdet ihr nämlich merken, dass viele Kämpfe stattfinden. Und das kann er jetzt sehen. Oha, jetzt weiß es. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie es ist, dass ich nicht mehr so viel rede. Ob das okay ist oder ob möchtet ihr, dass ich weiter darin spreche. Das würde mich mal interessieren. Und let's go. Also der 8-Schwänzige, den hat Naruto in sich, glaube ich. Vergiss es. Das kann er gar nicht. Er will helfen. So ist Naruto. So war der Charakter schon immer. Nagato. Das hat der damals Nagato nämlich zu Naruto gesagt. Ja, da hat er nicht ganz so unrecht. Ist nun mal so. Aber Naruto packt das schon, wie immer. Oh, das ist so. Das ist eine große Bürde, die er davor hat. Oha, ob er das aushält. Na. Der ist schon erwachsener, als du denkst. Und los geht's, ab in den Kampf. Wahre Worte. Das ist nur für das zu Ende. Ich bin gewonnen. Da bin ich hilfreich! Di 대한 Ich bin aber Farbe-Alwe, das du der Ich bin das ist eine große bitte ist das aber wer der killer b das machen um Also, er wird es tun. Das ist doch sehr schön. So, jetzt wäre das nicht mehr so interessant. Wir überspringen jetzt das Ganze mal hier, weil wir ja weiterkommen wollen. Ne, das ist nun mal so. So, wir wollen ja hier heute noch was erleben und nicht mehr in die Geschichte gucken. So. Die Kampfe bitte, wir wollen einen Kampf. So, die beiden wollen jetzt Naruto aufhalten. Shikaku. Ja, Tsunade und der andere Kage wollen jetzt Naruto aufhalten. Was keinem gelingen wird. So, was passiert jetzt auch kaum. Wir wollen jetzt hier einen kleinen Kampf. Ab geht's. Ja, das überspringen wir jetzt hier mal. So. Und vorwärts. Arsch. Äh, Marsch. Äh, Knarsch. Äh, Marsch. Äh, Marsch. Ne, los. Wir bewegen uns jetzt hier. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Wir wollen den Kampf. Der Neunschwänzige redet mit ihm. Okay. Äh, 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 äh. So, wir überspringen das jetzt, weil wir wollen noch hier einen Kampf kriegen. Denn die Folge ist jetzt auch gleich schon wieder vorbei. Ich glaube, ich habe sie sogar schon überzogen. Ich weiß jetzt gerade nicht. Also gucken wir mal. Gummigeben. So, der Neunschwänzige will ihn auf jeden Fall unterstützen jetzt. So, deswegen haben wir auch schon seinen Chakra. Aber das kriegen wir nachher noch mehr. So, und weiter geht's. Oh, man. Ja, kannst du mal sehen, zunahle. Ich bin schädt auf jeden Fall. Nachher. Na, und wieder geht's. Wir müssen nachher auf den 외ch. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Es ist er Dank. Ich bin. Aber. Aber. Ich bin. wir sind nicht beschränkt alles richtig und wir wollen helfen Ah, damit könnte keiner leben, glaube ich. Ich werde schon sehen, dass ich an dir vorbeikomme, mein Freund. Wir an dir vorbeikommen, ne, Leute? So, und jetzt wollen wir mal hier den Kampf starten. Einen Kampf machen wir noch, bevor die ganzen... Oh yeah. So, Kampfbeginn. Zwei Sonnenbruder gegen Bruder. Yeah. Hau ab mit dem Scheiß. Hier komme ich. Bam. So. Hau weg, Mann. Hau ab. Hier, so. Und zack. Dann geht doch. Au ab. Wär das doch ab. So. Was? So, ich komme. Da. Die machen wir platt, Leute. Kann ich ja auch hier. Oh, oh. Aua. Das hat er getan, Leute. Das geht doch nicht. Der kann ja allem ausweichen. Mann. Was ist das für ein Typ? Komm her. Jetzt rein. Ah, verdammt. Ne, 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 ne. Wir verlieren doch jetzt nicht. Was ist denn los hier? Uh. Das hat weh getan. Jawoll. Jawoll. Komm schon. Hallo. Zack, zack. Jetzt machen wir dem Ganzen hier ein Ende. Jokalo. Oh. Das wird scheppern, Alter. Oh. Geschafft. Nimm das hier jetzt. Zack. Oh. Oh. Ach, du Scheiße. Wow. Ach, du Scheiße. Hat er den platt gemacht? Aber richtig. Ach, du Scheiße. Okay, Leute. Aber das war's jetzt auch leider mit der Folge. Sorry, dass heute nur so viel Story kam. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Argumentiert, kommentiert, kritisiert. Bis, äh, ich freu mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace. Bis zum nächsten Mal.